servus leute was geht ab meine mutter wies es gibt wieder einen neuen afk xp trick alles was ihr dafür machen müsst ist den map kommt von gerade eben genauso einzugeben wie ich das ganze gemacht habe falls ihr gerne was aus dem shop haben wollt lasst gerne like und abo da aktiviert die glocke und kommentiert gerne euren epic namen natürlich alles freiwillig freunde wichtig ist nur dass ihr euren epic games namen halt richtig reinschreibt so dieser trick hier freunde die ich euch jetzt zeige ist zwar nicht dafür da dass sie auf einen schlag jetzt so wie im gestrigen video 100.000 xp pro sekunde bekommen sondern ihr könnt diesen trick ausführen und werdet für immer die gleiche anzahl an xp bekommt also ihr werdet die ganze zeit die gleichen xp bekommen und ich zeige euch jetzt wie das ganze funktioniert deswegen wundert euch nicht das ist nicht gerade wirklich viel geht jetzt hier in diese ecke rein genau hier wo ich bin keine sorge warum ist die waffen die ganze zeit wechselt stellt euch hierhin und macht irgendeine mode das steht der afk xp in sieben sekunden das könnt ihr euch hier rein stellen ihr müsstet sehen ihr kriegt jetzt die ganze zeit afk xp und ja ich stelle euch jetzt aber hier rein könnt das ganze genießen und bekommt die ganze afk xp ihr seht es sind jetzt nicht wirklich allzu viele 48 xp die sekunde aber ihr könnt das ganze hochrechnen das sind pro minute um die 2000 und pro stunde macht ihr dann damit so um die zwei level das heißt ihr könnt ihr zum beispiel jetzt einfach drei schon auf kagen und kommt dann wieder und hab dann so sechs sieben level gemacht vielleicht sogar noch mehr je nachdem wieviel xp boost ihr noch habt also leute falls euch das ganze gefallen hat lasst sehr sehr gerne mal ein like und ein abo da wird mich mega freuen und ihr könnt jetzt unbedingt meinen kanal kostenlos abonnieren freunde wie gesagt vielen dank für euren support und viel spaß beim nachmachen haut da rein